Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Runde Titan Quest Anniversary Edition und immer noch in der feurige Gegend. Guten Tag, die Herren. Ja, es geht auch hier weiter. Gestern hatte ich nur Grim Dawn aufgenommen. Ich hoffe, ich schaffe das heute, weil sonst wird es die nächste Woche keine Path of Exile-Folgen geben. Ich hänge da ein bisschen hinterher, aber das passiert halt mal. Das ist einfach so. Schnauze. Ja, und deshalb machen wir hier mal weiter. Vielleicht schaffe ich das noch, weil ich hatte dann noch einen Fehler beim Rendern bei den GD-Folgen. Und das ist natürlich nicht so nice, habt ihr das aber erst heute gesehen. Ich lasse die dann immer auf dem Laptop rendern, weil mein Laptop auch gerade ein bisschen rumspinnt. Ich glaube, der Kühler ist am Arsch. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also mal ein Laptop rumschrauben, ist jetzt mal eher nicht so meins. Aber da kriegen wir sicherlich auch noch was hin. Muss da aber dann erst mal den Support vom Hersteller anschreiben. Ob die denn die Lüfter einzeln vertippen oder was oder wie oder wo. Mal gucken. Du hast keinen Platz mehr. Ach, das geht ja schon wieder toll los. Ja, schön, wie du umschreist. Ein Träumchen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Mal schauen, da war die Prinzessin. So, tschüss mit hier. Schnauze. Okay. ich habe jetzt keine lust noch zurück zu porten muss ich ganz ehrlich sagen wenn ich überhaupt richtig ich glaube nämlich nicht doch hier muss ich alles klar hier muss ich hin herr grau und den von den anderen trompeten schön noch mal gestreamt ich kann sowieso nichts mehr aufnehmen dein gepäck ist voll sowas könnte man allerdings wurf auf die ziel unbedingt aber so ein zauberstab brauchen wir auch nicht was haben wir noch was weiß ich das mit den kistenplätzen ist so eine sache auch da hänge ich so ein bisschen da müsste ich eigentlich auch mal wieder aufräumen aber ich muss gestehen ich habe heute nicht die zeit dafür also von daher leben wir damit wie es ist ja der liebe axel hatte mir geschrieben dass ich mich nicht wundern soll dass ich hier mehr oder weniger so durchmarschiere weil ich ja eine menge wiederholt hätte was ich ehrlich gesagt anders sehe klar habe ich manchmal ein bisschen blödsinn gegrindet aber so richtig überholungen waren das auch nicht sagt ich bin halt vom level her viel zu hoch das hat weniger mit meinem item glück zu tun welches nicht vorhanden ist mehr denn mit den skills dass ich da einfach überlegen bin und das ist mir auch schon aufgefallen wobei ich wahnsinnig überlegen bin ich da jetzt von dem level her auch nicht wobei ich nicht genau weiß wird auf jeden fall er sagte es wird nicht spannender für mich werden auch in dem anderen addon nicht das ist dann also ich bin mir auch noch nicht sicher ob ich wirklich ob ich wirklich noch einen zweiten durchgang mache oder nicht es ist ja wie bei krimbron bei pass of exile flieger dass man um ein höheren nachher auf damit um in den höheren schwierigkeit grad zu kommen entsprechend das spiel noch mal durch spielt ich weiß gar nicht mittlerweile bei fast 200 folgen das ist schon eine ganze menge wie ich finde hallöchen wir machen mal ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht könnte auch sein dass ich lasse ich auch noch mal anfangen da hat sich wohl einiges getan macht spaß dann sollt ihr es zurückbekommen wenn es euch spaß macht auch wieder das was grünes dabei bein schien die können wir uns mal angucken ja das noch mehr kannst du nicht tragen das war jetzt aber auch ich habe jetzt kein bock in dieser folge noch mal zurück zu porten das mache ich dann in der pause zwischen der aufnahme zwischen erster und zweiter folge weil ich im grundsatz auch direkt wieder rennen an werde weil sonst wird das alles nichts hallo bock in dieser bogen beschießen gibt es nicht freunde aus meinem weg da habe ich erst mal im aua gekriegt ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht weil wir haben ja auch noch das addon vorbei wenn das auch so öde wird weiß ich noch nicht so richtig was ich davon halten soll so nebenaufgabe legendäre legendäre handwerks konst schuldigung ich weiß kurz beim okay das machen wir jetzt mal eben was er ja jetzt gemacht was habe ich da jetzt gemacht ich weiß es ehrlich gesagt nicht wir machen mal so dann wird er jetzt noch ein teil von uns fordern dann auch da hat er die bei axel gesagt auch da sagt er dass ich überhaupt gar keine neue waffen kriege sondern im grundsatz eine verbesserung meiner bestehenden bestehende da müsste ich echt mal gucken ob das wort bei den sachen nicht aber ich glaube ich nicht achten wenn ich das denke ich habe keinen bock auf euch ihr werdet mir da noch nicht reinfolgen oder ist es dir wirklich gelungen welchen zu finden ausgezeichnet dann fangen wir gleich an mein hammer soll den stahl treffen wo soll ich denn dann sie konnten endlich ein konnten sie das was zum teufel haben sie denn legendär gemacht ich sehe das gerade nicht liegt das daran dass ich keinen platz habe ich mach mal eben kurz ein bisschen platz wollt ihr mich verarschen ach so ich nehme ihn einfach keine ahnung warum ja bin ich nicht mehr na was hat den jetzt legendär gemacht freunde du solltest bei einbruch der nacht in asgard sein wenn du also ich blick noch einen gegenstand nein das ist ein seltenes meisterwerk so was machen wir nicht jeden tag außerdem ist der med alle vielleicht wenn die welt erneuert wurde ich weiß jetzt gerade nicht so richtig was ich davon halten soll aber gut jetzt bin ich schon mal hier dann kann ich jetzt auch mal verticken hier ein mensch hier unten ja irgendwie schon so sie ist mitgenommen aus wann da halbwegs verwirrt sollte es bei uns einkaufen sonst erwischen dich die 20 prozent durch eine plus 13 bewegung er gab uns mehr rüstung element widerstand aber ein bisschen mehr ja das kann man auf jeden fall machen da können wir vielleicht noch was einbauen mal gucken ja auf gar keinen fall hier auf gar keinen fall kann weg kann auch weg kann auch weg das ist alles nicht so prickelnd naja jetzt kommen wir dahin dass wir eine rüstung bekommen aber ich glaube nicht dass ich diese ich hätte vielleicht die rüstung verbessern keine ahnung weil ich fand jetzt nicht dass sie den speer wirklich toll verbessert haben oder dazu oder irgendwie zu etwas legendärem gemacht haben kann man jetzt echt so nicht sagen nicht wirklich ja ich muss hier echt aufräumen aber nicht heute und nicht in dieser aufnahmesession ja gut dann würde ich sagen mache ich an dieser stelle eine aufnahmepäuse und freue mich nicht über meinen legendären gegenstand ich renne noch mal eben hier komm herr jungs hallo was war das jetzt ich habe kurz nachgedacht warum auch immer ich kann es jetzt mal lassen ja gut dann rennen wir mal eben wieder zurück zu dem portstein und dann soll es das für diese folge gewesen sein legendär fragezeichen lasse ich mal dahingestellt ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag weil die folgen kommen ja immer morgens lasst es euch gut gehen bis denn dann tschüss